Wenn ihr gerne Pfannkuchen isst, habe ich für euch eine tolle vegane Variante und zwar gefüllte Pfannkuchen mit Champions und Linsen und noch ein bisschen mehr. Wenn ihr wissen möchtet, was alles in der Füllung ist und wie man die Pfannkuchen herstellt, dann bleibt jetzt dran. Viel Freude beim Videoschauen. Wir benötigen 250 Gramm Mehl. Ich verwende Weizemehl, welches wir einmal kurz ein bisschen frei von Klumpen rühren. Dann geben wir eine Prise Salz hinzu. Rühren weiter um und geben jetzt langsam 300 Gramm Wasser hinzu. Weiter rühren, bis die Masse etwas dickflüssiger wird. Dann kommen nochmal 200 Gramm Pflanzendrink hinzu. Ich verwende Mandelmilch, ihr könnt aber auch Sojamilch verwenden. Nun wieder alles miteinander verrühren. Wenn ihr, wie ich, ungesüßte Mandelmilch verwendet, dann gebt jetzt noch ein bisschen Agavendicksaft hinzu. Sobald ihr alle Zutaten gut miteinander verrührt habt, könnt ihr den Teig an die Seite stellen und ihn für 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die weiteren Zutaten, wie die Creme und dann die Pfanne mit den Champions und den Linsen. Weiter geht es mit der Creme. Dafür benötigen wir 150 Gramm veganen Creme Fraiche. Veganer Creme Fraiche ist meistens etwas dünner als der normale. Daher solltet ihr, wenn ihr das Gericht unvegan zubereiten möchtet und keinen veganen Creme Fraiche nehmt, den normalen Creme Fraiche mit ein bisschen Wasser oder Milch verdünnen. Natürlich geben wir etwas Salz und Pfeffer hinzu. Ein bisschen Zitronensaft Ungefähr einen halben Teelöffel getrocknete Minze und ungefähr einen Esslöffel Petersilie, entweder frisch oder tiefgefroren. Die Zutaten können miteinander verrührt werden. Schmeckt ab, ob euch es so passt oder würzt ein bisschen nach. Dann stellt ihr die Creme an die Seite und setzt eine Pfanne auf den Herd auf. Wir stellen den Herd an und geben ungefähr zwei Esslöffel Öl in die Pfanne und lassen dieses Öl erwärmen. Hat sich das Öl erwärmt, geben wir eine kleine, kleingeschnitte Zwiebel hinzu oder ein bis zwei kleingeschnitte Schalotten. Diese dünsten wir kurz im Öl an. Dann geben wir ein bis zwei kleingeschnittene und klein gehackte Knoblauchzehen hinzu. Kurz umrühren und 200 Gramm braune Champignons, kleingeschnitten und geputzt natürlich hinzugeben. Ich habe meine gefüttelt und geachtelt. Die Stücke sollten nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Wer keine braunen Champignons hat oder findet, kann natürlich auch weiße verwenden. Sobald eure Champignons anfangen zu glänzen, etwas Flüssigkeit zu lassen und der Knoblauch schön riecht, gebt ihr einen Esslöffel Tomatenmark hinzu. Außerdem eine Prise Salz ein bis zwei Prise Pfeffer etwas Paprikapulver rührt schnell einmal um und fügt nun die Linsen 250 Gramm abgetropft hinzu. Ihr könnt den Herd etwas niedriger einstellen. Nach einer Minute nehmt ihr Champignons, Linsen, also die komplette Füllung aus der Pfanne, gebt sie in einen Teller oder in ein Gefäß, lässt sie dort etwas abkühlen, wascht die Pfanne aus, denn wir brauchen sie nochmal für die Pfannkuchen. Die Pfanne ist nun sauber. Ihr könnt jetzt den Herd wieder hochstellen oder neu einschalten, je nachdem, ob ihr ihn ganz ausgeschalten habt. Gebt etwas Öl hinein, wirklich nur ganz wenig. Das Öl in der Pfanne verteile ich immer noch mit etwas Küchenkrepp. Das saugt das auch ein bisschen auf und so geht ihr sicher, dass alles eingeölt ist. Rührt euren Teig nochmal um und dann gebt ihr etwas in die Pfanne. Diesen Teig könnt ihr etwas verstreichen, damit er nicht so dick ist. Ich verwende so ein Gerät, was man auch für Krebs verwendet. Und dann backt den Teig für ungefähr eine Minute von jeder Seite aus. Denkt dran, der erste Pfannkuchen wird meistens nicht so schön wie die anderen. Macht euch da keine Sorgen, wenn er nicht so schön ist. Die anderen wären bestimmt schöner. Während der Teig ausbackt, könnt ihr euch schon mal ein bisschen Küchenkrepp oder Küchenpapier an die Seite legen auf einen Teller. Dort kommt nämlich der Pfannkuchen gleich hinauf. Backt sie nicht allzu knusprig aus, dann könnt ihr sie nämlich später nicht so gut befüllen, weil sie einfach zu hart werden. Lieber ein bisschen weicher ausbacken und dann später gut befüllen können. Vorsichtig mit einem Pfannwender umdrehen und von der anderen Seite ausbacken. Wenn ihr merkt, dass euer Pfannkuchen zu heiß wird, könnt ihr natürlich auch die Temperatur immer ein bisschen runterstellen und reduzieren. Und wenn sie euch dann wieder zu weiß bleiben, dann wieder die Temperatur hochstellen. Da müsst ihr schauen, jeder Herd ist da ein bisschen verschieden und die Einstellung ist ein bisschen anders. Den Pfannkuchen aus der Pfanne nehmen und auf das Küchenkrepp geben. Und mit den anderen Pfannkuchen weiter sofort fahren, bis kein Teig mehr da ist. Aus meinem Teig sind nun 10 Pfannkuchen entstanden. Das hängt natürlich auch immer von eurer Pfanngröße ab, aber 8 bekommt ihr auf jeden Fall heraus. Wir nehmen uns als erstes unsere Creme und verstreichen davon ein bisschen was auf den Pfannkuchen. Schön großzügig. Und dann setzen wir etwas von unserer Füllung rauf. Am besten mittig, damit ihr es gut zuklappen könnt. Und dann an die Seite geben und die restlichen Pfannkuchen befüllen. Sind eure Pfannkuchen dann gefüllt, könnt ihr sie gleich verspeisen oder etwas auskühlen lassen und dann essen. Aber wir essen sie am liebsten noch direkt warm. Sie schmecken aber auch kalt. Wenn euch Pfannkuchen übrig bleiben, weil ihr wie ich mal mit der Füllung ordentlich was draufgegeben habt, dann könnt ihr die restlichen Pfannkuchen auch süß befüllen oder mit Marmelade bestreichen. Schmeckt auch sehr gut und ihr habt gleich ein Nachtisch mit. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Nachmachen, beim Essen und bis zum nächsten Video. Tschüss!